So, das Thema Angst ist einfach so mein Grundlieblingsthema, denn je mehr du das verstehst, was der Unterschied zwischen der Bedrohung und der Angst ist, desto leichter wirst du dir mit dem Umgang der Angst tun. Je mehr du dir deine Ängste anschaust, desto weniger Macht wird sie über dich haben. Je mehr du deine Ängste verdrängst, desto mehr bist du das Opfer deiner Angst. So, bevor es losgeht, möchte ich einen Hinweis loswerden. Und zwar gibt es eine wunderschöne Meditation von Rüdiger Gosselk, die es nicht mehr in die Sendung geschafft hat aufgrund der Länge, aber sie passt haargenau zu dem Thema, nämlich sie heißt genauso Corona-Krise als Chance. Und in der Meditation geht es darum, wie du wieder in deine Kraft kommst, wie du in deine Mitte kommst, wie du gut bei dir bleiben kannst. Und ich verlinke diese Meditation jetzt hier an der Stelle und du findest sie auch auf meinem Kanal. Wenn du gerne meditierst, kann ich sie nur empfehlen, wenn du da noch keinen Zugang hast, vielleicht magst du es einfach mal ausprobieren. Du hörst Marius' Lebensimpulse, die Sendung für deinen Persönlichkeitskick. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marius' Lebensimpulse hier auf Radio Rheinwelle 92,5. In dieser Sendung geht es um zentrale Lebensthemen und darum, wie du das Leben leben kannst, das sich dein Herz wünscht. Heute mit dem Thema die Corona-Krise als Chance. Ja, Corona, wer hätte das gedacht, dass das das Thema ist, was uns im Moment alle beschäftigt, was uns allen Atem hält, was uns den Atem raubt oder auf irgendeine andere Art und Weise beschäftigt. Dazu habe ich heute ein paar Stimmen, also nicht nur meine Stimme, sondern auch andere Stimmen, die sich dazu geäußert haben. Und natürlich viel Musik im Gepäck, schöne Texte, alles mit dem Hintergrund, wie können wir, wie kannst du diese Krise als Chance nutzen? Für dich alleine, für die Gemeinschaft, das heißt, wie können wir daraus lernen und wie kann jeder Einzelne daran wachsen und wie können wir gemeinsam daran wachsen? Ich fange an mit ein bisschen Musik und das passt vermutlich zu dieser Zeit. Es nennt sich Deine Zeit von Sied. Diese Zeit ist Deine Zeit. Und genau darum geht es ja. Wie kannst du diese Zeit ganz bewusst zu deiner Zeit machen? Und das ist vielleicht Teil der besonderen Herausforderung, dass du dir diese Zeit so nicht ausgesucht hast, zumindest nicht bewusst. Keiner hat dich gefragt, du möchtest du jetzt miterleben, wie die ganze Welt ein und dasselbe Problem bearbeiten darf? Wie die ganze Welt ein und dasselbe Problem erleben darf? Es gab ja vorher keine Umfrage, möchtest du da mitmachen oder nicht? Und das ist schon mal ein wichtiger Teil, dass du mit was konfrontiert wirst, wo du vermutlich sagst, mich hat keiner gefragt. Jetzt muss ich hier so komplett mein Leben umstellen. Und das ist Teil, sage ich mal, der Herausforderung. Und so ist das Leben immer wieder, dass du eine Herausforderung bekommst, die du dir nicht ausgesucht hast. So, bevor ich da tiefer einsteige und bevor ich da mal einspiele, wie es anderen Menschen im Moment geht, möchte ich auf den Virus selbst kurz eingehen. Ich bin natürlich kein Virologe, ich bin kein Biologe. Ich habe durchaus die ein oder andere Biostunde in der Schule geschwänzt, habe mir trotzdem viel Freude gemacht. So, was mich in den letzten Tagen immer wieder aufgeregt hat und gleichzeitig kann ich das verstehen. Ich muss noch mal einen Schritt zurück ausholen. Am Anfang habe ich mir mal gedacht, meine Güte, warum machen die so einen Riesenaufriss wegen einer Grippe? Haben wir etwa noch nie eine Grippe gehabt? Wozu diese ganze Aufregung, wozu diese Panikmache? Und mir ging das relativ lange so, und deswegen habe ich das Thema mehr oder weniger auch ignoriert, bis ich verstanden habe, was anders ist. Und vielleicht habe ich es, ich sage es ganz ehrlich, immer noch nicht ganz verstanden, aber es hat mir so geholfen, dass ich sage, es ist gut, was da passiert an Maßnahmen. Und ich erlebe heute immer noch Menschen, die kein Verständnis für die Maßnahmen haben. Und vielleicht hilft das, wenn ich da auch unterstützend ein bisschen zumindest aufkläre. Und zwar ist es eben so, dass es Stand heute keine normale Grippe ist. Ich behaupte sogar mal, wenn das wirklich der Fall wäre, dann wäre das schon bemerkt worden. Das heißt, wir haben das Glück, dass wir nicht das erste Land sind, das von diesem Virus quasi überrollt wird. Und es lohnt sich dann, da hinzuschauen, wie ist es in anderen Ländern und zum Beispiel Italien, Spanien, die eben sehr stark betroffen sind und die ganz klar sagen, Leute, passt auf, dass euch nicht dasselbe passiert. Und es gibt Unterschiede. Es gab, wo ist mein schlauer Zettel? Es gab am 20.03. eine Pressekonferenz vom Robert-Koch-Institut. Da ist Professor Dr. Lothar Wieler und der erklärt jeden Tag auf. Die haben ein Team von mehreren hundert Wissenschaftlern, die sich da zusammentun und beraten, ihr Wissen austauschen. Und in der Pressekonferenz wurde der Herr Wieler auch gefragt, was ist denn der Unterschied zu der normalen Grippe? Und da hören wir jetzt einfach mal rein. Ja, also warum die Menschen vor Grippe nicht so viel Sorge haben, wie sie haben sollten, ist mir nie eingängig gewesen. Ich bitte Sie alle, die hier berichten, auch klarzumachen, dass Grippe eine schwerwiegende Krankheit ist, aber unabhängig davon. Diese Krankheit überträgt sich sehr effizient, leichter. Das heißt also, die Übertragung von einem Menschen zum anderen gelingt leichter als bei der Grippe. Der Anteil der Menschen, die schwer erkranken, ist deutlich höher. Der Anteil der Menschen in den Risikogruppen, die so schwer erkranken, dass sie beatmungspflichtig werden, ist deutlich höher. Und der Anteil der Menschen, die an dieser Krankheit sterben, in den Risikogruppen, ist deutlich höher. Ich glaube, es gibt nichts, was es klarer macht, dass wir hier eine größere Problematik haben. Wir haben auch in unserer Risikoeinschätzung, darüber habe ich auch letztens berichtet, wir analysieren ja viele Systeme. Wir haben vier Systeme enthalten, mit dem Krankheitsschwer und Grad, die sogenannte Burn-of-Disease berechnen. Und wir wissen, dass insgesamt diese Krankheit auch nach unseren Analysen einfach eine schwere Krankheitslast macht. Und einfach viel mehr Menschen infiziert werden und viel mehr Menschen in die Notaufnahmen kommen werden und viel mehr Menschen beatmet werden müssen. Und deshalb müssen wir befürchten, dass die Beatmungsplätze nicht reichen. Diese Krankheit ist schwerer und wird mehr Menschen betreffen. Wenn es immer noch Menschen in unserem Land gibt, die das nicht glauben oder die mir nicht glauben oder die das für Panikmacher halten, dann kann ich nur nach meinem Wissen, nach bestem Wissen und Gewissen, nach meiner Kenntnis, kann ich sie nur auffordern, endlich die Augen zu öffnen vor dieser Realität. Ja, also, du hast es gehört. Es ist also so, dass sie, es sind einfach mehr Menschen betroffen. Und das ist, glaube ich, das, was durchaus eben viele noch in Frage stellen und vielleicht auch berechtigt, weil es gab ja vorher keine Studie, die sich das angeschaut hat, sondern man schaut sich immer die aktuellen Zahlen an. Das Entscheidende, zumindest für mich, wo es dann doch ein bisschen Klick gemacht hat, das Entscheidende ist der Verlauf. Das heißt, es bringt nichts, einfach nur zu sagen, bei der Grippe sterben so und so viele Menschen. Bei Grippen vorher sind viel mehr Menschen gestorben, weil man die Betroffenen beim Coronavirus nicht unbedingt einfach nach Hause schicken kann. Das heißt, es gibt wohl eine relativ hohe Zahl, die es notwendig macht, im Krankenhaus versorgt zu werden. Und das mit speziellen Geräten, mit Atmungsgeräten, weil es ja einen Lungeninfekt auslösen kann. Und das ist das Problem. Das heißt, selbst wenn die Menschen nicht sterben, dann ist es ja nicht so, dass die sagen können, ich lege mich mal eben gemütlich drei Tage ins Krankenhaus, chill da ein bisschen und dann gehe ich wieder nach Hause. Sondern es ist oder es kann ein sehr schwerer Verlauf sein. Und der bedarf einer bestimmten Betreuung. Und wenn jetzt zu viele zu schnell dieses benötigen, dann kommt das Krankenhaus nicht hinterher, weil es bis jetzt nie in dem Umfang benötigt wurde. Wenn jetzt in Deutschland, sagen wir mal, nur ein Prozent betroffen wäre, dann sind das immer noch weit über 800.000 Menschen. Und deswegen versucht ja die Bundesregierung alles, und das kommunizieren sie auch so, alles dafür zu tun, um das zu verlangsamen. Es geht also nicht um das Verhindern, sondern das, der sich möglichst langsam ausbreitet, damit das Gesundheitssystem nicht kollabiert. Das wäre ja sozusagen das Problem, was viele andere Folgen mit sich bringen würde. Und der Virus macht ja auch nicht Halt vor Ärzten und Krankenschwestern und Krankenpflegern. Das heißt, wenn die dann auch noch betroffen sind, dann haben wir erst recht ein Problem. Und seitdem mir das klar geworden ist, dass es nichts bringt, die Sterberate zu vergleichen, sondern den Verlauf und die Folgen und die mögliche Konsequenz, kann ich nur sagen, Leute, danke für die Maßnahmen, die getroffen werden, aus gesundheitlichen Gründen. Ich hoffe, es hilft dir auch ein bisschen, das zu verstehen. Und das heißt ja nicht, dass man das toll finden muss, sondern eher, um nachvollziehen zu können, was diese Maßnahmen für einen Hintergrund haben. Und es ist auch klar, je eher wir uns dran halten, je konsequenter wir uns dran halten, einen Abstand zu halten, also diesen Sicherheitsabstand, anderthalb Meter, zu jemand anderem, desto leichter, desto smooth, also desto eleganter, verdammt, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ja, dann sieht die Kurve einfach anders aus. Und zwar eben nicht so eine Steilkurve, die uns dann umhaut, sondern in dem Sinn, in Anführungszeichen, kontrolliert. So, das war mir erstmal wichtig, das zu klären, weil heute in der Sendung geht es darum, die Corona-Krise als Chance. Das heißt ja, wie gehe ich damit um? Was kann ich daraus lernen? Was kann ich machen? Was kann ich anders machen? Wie kann ich das als Chance nutzen, um am Ende gestärkter, vielleicht sogar motivierter, erfahrener, reicher aus dieser Krise hervorzutreten? Und als erstes gilt mein ganzes Mitgefühl den Betroffenen. Es sind ja zum Glück eben die wenigsten, die direkt davon betroffen sind, sondern der Größteil der Menschen ist nur indirekt betroffen. Und das ist schon mal eine gute Nachricht. Das heißt erstmal mein Mitgefühl für alle, die erkrankt sind. Das zweite, mein Mitgefühl an alle, die wirtschaftlich betroffen sind. Und da zähle ich auch dazu. Ich bin einer der Solo-Selbstständigen, die jetzt in dem Sinn, den viel weggebrochen ist, weil Seminare dürfen in der Form, wie es bisher war, nicht stattfinden. Und es ist klar, dass es jetzt keine einfache Zeit ist. Es geht also nicht darum zu sagen, passt schon, wird schon, sondern es lohnt sich da genauer hinzuschauen und genauer reinzufühlen. Und wie es jetzt den Einzelnen geht, ich habe bei mir in Facebook einfach mal aufgerufen, wer hat Lust, mir einen kurzen Beitrag zu schicken. Wie fühlst du dich? Wie gehst du mit der Situation um? Und da hören wir mal rein. Und da hat zum Beispiel die Sonja mir was geschickt. Hallo, ich heiße Sonja Dengler und ich bin Transformationstherapeutin nach Robert-Beetz. Ich lebe in Bayern und ich fühle mich von der Ausgangsbeschränkung beengt und kontrolliert. Mir kam heute der Gedanke, was ist, wenn ich jetzt dann später zum Einkaufen fahre und mir die Polizei nicht glaubt, dass ich zum Einkaufen fahre. Ja, dies löst Ängste in mir aus. Und die ganze Situation löst Anspannung, Unsicherheit, die mich am Samstag fast gefühlt überrollt hat, in mir aus und auch viele Ängste, die hochkommen. Und ich komme teilweise sehr an meine Grenzen, obwohl ich auch sehr dankbar bin um das Wissen und die Werkzeuge, die ich habe. Und auch, wenn ich weiß, dass dies alles seinen Sinn hat und dass wir bisher in einer Gesellschaft lebten, in der wir oft nach dem Motto höher, weiter, schneller gelebt hatten. Jetzt werden wir alle entschleunigt und sehr ausgebremst. Meine Zeit verbringe ich mit Meditationen, lesen, spazieren gehen, Telefonaten mit Freunden, da ich sie ja nicht treffen kann. Also fast wie sonst auch. Das Positive in der Situation ist, dass ich merke, welche tollen Menschen ich als Freunde, Freundinnen habe und auch meine Familie, mit der ich in sehr gutem Kontakt bin. Ja, das ist das Positive. Das nächste Positive ist, dass die Erde wirklich mal ausatmen und sich ein bisschen erholen darf. Auch wenn wir dadurch alle sehr an unsere Grenzen kommen. Ich wünsche dir alles Liebe. Dankeschön. Ja, das ist, glaube ich, so das, was die Sonja beschreibt. Ich glaube, so geht es vielen, da ist eben einerseits die Angst und da ist auch die Frage, wie gehe ich mit der Angst um und andererseits etwas, wo man sagt, oh, das hat auch was Gutes. Und ich möchte jetzt gerne noch mehr auf die Angst eingehen, denn es hilft nicht, meiner Meinung nach, hilft es nicht zu sagen, passt schon. Wenn ich sage, ich brauche doch keine Angst zu haben, dann funktioniert das nicht. Was mir wichtig ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Bedrohung und einer Angst. Ich unterscheide zwischen der Bedrohung, zwischen dem, was wirklich ist, das heißt das, was jetzt gerade direkt unmittelbar passiert und zwischen dem, was in meiner Vorstellung im Kopf ist. Das im Kopf, sozusagen das Kopfkino, das nenne ich Angst und das, was direkt vor mir ist, das ist meine Bedrohung. Und beim Virus ist wahrscheinlich auch ein bisschen das Problem, dass man ihn nicht sehen kann. Du kannst ihn nicht sehen, du kannst ihn nicht anfassen, vermutlich auch nicht wirklich schmecken und irgendwie scheint er dann gar nicht da zu sein. Das heißt, viele Menschen nehmen die Bedrohung nicht wahr, weil sie nicht im unmittelbaren Umfeld ist. Das andere Problem ist, dass das wiederum so viel Kopfkino auslösen kann, dass die Leute nicht mehr unterscheiden können zwischen dem, was wirklich ist und was nur ein Kopfkino ist. Den Unterschied kennenzulernen ist eine große Hilfe. Und da gehen vermutlich auch viele Meinungen auseinander. Der eine sagt, nein, das ist die Wahrheit, das ist die Realität. Der andere behauptet wieder was anderes. Und so denkt immer jeder, dass seine Wahrnehmung doch die wahre Realität ist. Ich habe, wie gesagt, mehrere Stimmen gesammelt und da hören wir gleich auch in die nächste rein und die beschäftigt sich eben genau damit und zwar von Walter und Christina von Herz über Kopf und die erklären das auch so schön und schauen wir doch mal, was die auch für Tipps haben, wie du damit umgehen kannst. Hallo, wir sind Christina und Walter von Herz über Kopf. Genau, wir sind Coaches und wir wollen dir gerne ein paar Tipps beziehungsweise Anregungen geben, wie du durch diese doch sehr, sehr herausfordernde Phase jetzt durchgehen kannst. Und das Prägende in dieser Phase ist einfach die Angst. Die Angst, den Job zu verlieren, die Angst vor dem Virus, die Angst, krank zu werden, die Angst, Menschen zu verlieren. Und diese Angst ist auch völlig verständlich. Das Problem an der Angst ist aber, dass sie in uns etwas bewirkt. Nämlich die Angst triggert bei uns wie so eine Art Überlebensmodus und in deinem Gehirn wird letztendlich alles abgeschaltet, was kreativ ist, was ja objektiv denkend ist, sondern es wird sehr, sehr fokussiert und runtergefahren auf das Reptilien-Gehirn letztendlich, das Flüchten, Kämpfen oder Starre vorsieht als Möglichkeit. Und das ist für kurze Zeit, ist das okay, das hat die Natur so eingerichtet, aber eben nur für kurze Zeit. Und das kann eben sehr unangenehm auch Auswirkungen auf dein Immunsystem haben. Warum? Weil es dich eben schwächt. Und genau dieses Immunsystem, das brauchen wir ja genau in dieser Zeit jetzt. Und glaub ruhig, dass wir das auch kennen. Also wenn ich rausgehe und ich erlebe die Energie draußen und spüre, wie die Menschen momentan unterwegs sind, teilweise, dann ist es schon auch bei mir so, dass ich schnell mal in die Angst komme. Und in dem Moment, wo du in die Angst kommst, ist es auch gut, wenn du dich einfach wieder entspannst und dir das klar machst, dass es momentan eine Situation ist, in der wir alle mal wieder Angst haben. Und das ist auch das, was uns miteinander verbindet. Letzten Endes sitzen wir alle im gleichen Boot. Und wir haben alle die gleichen Chancen jetzt auch, nämlich mal endlich vielleicht zu entschleunigen. Viele von uns sind zu Hause, machen Homeoffice oder dürfen zwangsweise weniger arbeiten, haben vielleicht mehr zu tun mit der Familie, aber nichtsdestotrotz vielleicht tatsächlich auch ein bisschen mehr Zeit, sich nochmal auf sich zu besinnen. Und ich glaube, genau das ist jetzt auch der Moment, an dem wir angekommen sind. Eine große Möglichkeit für jeden von uns, nochmal hinzuschauen. Ist es das Leben, das ich mir wünsche? Dass ich gerade lebe? Was bringt mir das jetzt gerade, zu Hause zu sein, entschleunigt zu werden? Was bringt mir die Situation, vielleicht im Moment auch nicht mehr vor die Türe zu können oder nur noch zu wichtigen Ereignissen rauszugehen? Was bringt mir dieses ganze Corona im Guten? Was kann ich für mich mitnehmen? Was kann ich für mich jetzt verändern? Vielleicht ist es wirklich endlich mal Zeit, Dinge zu verändern, die Ernährung nochmal zu überprüfen, zu schauen, wie kann ich jetzt mein Immunsystem stärken? Wie kann ich neu und anders mit meiner Angst umgehen? Wie kann ich vielleicht auch den Schwächeren Unterstützung bieten? Wie kann ich mein Herz öffnen für mich und für die anderen, sodass wir durch diese Zeit gemeinsam gut durchkommen? Denn wenn wir in einem Boot sitzen, und das sitzen wir zweifelsohne, dann macht es Sinn, wenn wir einander unterstützen und miteinander in die gleiche Richtung rodern. Und daher haben wir dir auch zwei Meditationen, die wir dir kostfrei zur Verfügung stellen wollen. Die eine ist nur fünf Minuten lang, die andere zehn Minuten, also ganz kurze Meditationen, die dir helfen sollen, aus diesem Überlebensmodus wieder auszusteigen. Weil, dass wir dort hineinkommen, das passiert allen. Nur die, die nachher gesund bleiben, die können eben immer wieder entspannen, die können sich immer wieder, ja, in die innere Mitte zurück retten. Und genau das wünschen wir dir sehr. Wenn du gerade eben immer mal wieder Angst hast, dann lass die Angst einen Moment da sein, aber komm dann wieder zurück in dein Herz, in dein Vertrauen. Und wenn dich diese Meditationen interessieren, dann schau unten in den Shownotes oder im Text. Dort ist der Link dafür und du kannst sie kostenfrei herunterladen. Weil genau das lehrt uns auch die Krise, dass wir anhalten dürfen, so wie Christina gerade schon gesagt hat, überprüfen dürfen, was will ich eigentlich und eben uns auch um uns selbst kümmern und wenn es uns gut geht, wiederum dann wiederum den anderen eine Hand geben. Und so werden wir hier eine Welle an Mitgefühl auslösen, und das merken wir jetzt schon in unseren Q&As und mit unserer Community. Die Menschen helfen sich gegenseitig, die Menschen unterstützen sich gegenseitig. Und wir spüren wieder, dass wir zusammengehören und dass wir eben nicht jeder Einzelkämpfer sind, sondern dass wir als Gemeinschaft durch diese Krise durchgehen müssen. Und das wünschen wir dir sehr und dafür sind wir auch für dich da. Gerne, gerne, gerne. Und wir wollen dir noch eine kleine Übung mitgeben, die du jeden Abend oder am Tag immer mal wieder machen kannst, nämlich, dass du dich immer wieder fragst, was ist gerade gut? Was sind meine im Moment fünf Guten? Wir machen das jeden Abend, vorm ins Bett gehen, fragen wir einander, was waren heute deine fünf Guten? Und egal, wie kacke der Tag lief, und glaub uns, auch wir haben unsere Herausforderungen, auch wir haben mit Situationen jetzt wirklich zu dealen gehabt, die waren nicht so besonders leicht. Und dennoch haben wir uns immer wieder auf das Richtige fokussiert. Und das wünschen wir dir auch, dass du dich immer wieder auf das Gute fokussierst. Denn deine Ausrichtung ist unglaublich wichtig. Deine Energie bestimmt deinen Tag, bestimmt dein Leben, bestimmt dein Jetzt und dein Morgen. Also achte gut darauf, wie sie ist, die Energie im Moment. Und fokussiere dich immer wieder auf das Gute. Was sind deine fünf Guten im Moment? Frag dich das, frag dich das, wenn es gerade herausfordernd wird und besonders vorm zu Bett gehen. In diesem Sinne wünschen wir dir eine gute Zeit. Eine Zeit, die entschleunigt und wieder auf das Wesentliche uns alle miteinander besinnen lässt. Und ja, unser Spruch in unserem Podcast Erfolgreich glücklich sein, heißt immer am Ende, lass dein Licht strahlen, denn dein Licht macht diese Welt ein Stückchen heller. In diesem Sinne, bis bald. Mach's gut. Danke fürs Zuhören. Alles lebt, Adel Tawil. Auch hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Mitten im Leben. Und die Corona-Krise als Chance. Ja, Walter und Christine haben das eben so schön auch geschildert. Was passiert denn, wenn die Angst hochkommt? Dann wird eine bestimmte Region im Gehirn aktiviert. Und das ist dieser Fight and Flight, Angriff oder Fluchtmodus, der ja sich aktiviert, um dir dein Überleben zu sichern. Das ist also nichts Blödes. Das ist auch nichts Böses, sondern was Gutes. Und das Problem, das hatte ich eben angesprochen, ist ja dann, wenn sich der Modus aktiviert, obwohl gar keine reale Bedrohung da ist. Das heißt, wenn das in deinem Kopf passiert, aber gar nicht wirklich real ist, dann reagiert auch dein Körper. Das heißt, er schüttet bestimmte Stoffe aus, Adrenalin etc. und du sitzt aber weiterhin quasi auf deinem Stuhl und kämpfst, weder noch flüchtest du. Und das ist im Endeffekt, sorgt für noch mehr Stress. Und was dann gar nicht funktioniert, ist zu sagen, ach, du brauchst doch keine Angst haben. Und das kennen wir bei Kindern oder meistens haben wir das als Kind erlebt, dass die Erwachsenen sagen, du brauchst doch gar keine Angst haben. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst die Angst. Also schlüpfe mal in die Rolle der Angst und du hast jetzt irgendwie eine wichtige Botschaft, die du jemandem übermitteln möchtest. Und der sagt dann zu dir, nein, nein, ist alles gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wäre ich die Angst, würde ich nur noch stärker reagieren und sagen, hallo, nimm ich doch mal wahr. Und das ist das Gleiche, was ich im Moment bei der Corona-Krise wahrnehme, dass wie wenn die Nation in zwei Hälften gespaltet wird und die eine sagt, es ist doch alles gar nicht so schlimm, wozu der ganze Aufriss? Und die andere sagt, Leute, wir müssen uns auf die Bedrohung einstellen. Und es scheint, dass die im Moment noch nicht zusammenkommen. Und da dürfen wir gegenseitig besser zuhören. Das heißt, wir dürfen denen zuhören, die sagen, Achtung. Und wir dürfen denen zuhören, die sagen, es ist alles in Ordnung. Und wenn wir es schaffen, dass die zusammenkommen und ein gemeinsames Verständnis haben, dann wird es leichter. In dem Moment, wo ich den anderen Teil ignoriere, wird er immer mehr Amok laufen. Er wird vieles dafür tun, um endlich gehört zu werden. Und ich merke, dass, und das ist so mein Persönliches, wenn die Leute eben die ganze Zeit sagen, es ist doch gar nicht, guck mal, es sind gar nicht so viele Tote, dann möchte ich quasi auch noch lauter schreien, Leute, ihr überseht da was. Tja, wie geht es dir damit? Zu welcher Fraktion gehörst du? Oder sitzt du dazwischen? Es bleibt spannend. So, die Corona-Krise als Chance. Und ich möchte dir gerne heute ein bisschen vermitteln, wie du aus dieser Bedrohung eine Chance machen kannst. Und ich möchte da ganz klar unterscheiden zwischen, wenn du betroffen bist, wenn du krank bist, dann ist das nochmal eine andere Stufe der Herausforderung. Wenn du nur, in Anführungszeichen, nur indirekt betroffen bist, hast du ganz andere Möglichkeiten. Du magst jetzt zu Hause sitzen müssen und doch steht dir die Welt offen. Du kannst im Moment nicht alles tun, was du vielleicht möchtest. Die Frage ist nur, was möchtest du wirklich tun? Und möchtest du jetzt vielleicht einfach rausgehen, obwohl du es gar nicht willst, nur um zu zeigen, nur um dich nicht einschränken zu lassen? So, spannende Fragen und wie immer die Einladung zur Reflexion. Das heißt, die Einladung nach innen zu gehen und zu schauen, was steckt denn hinter dem, was vordergründig da ist. Und das ist in der Regel das Spannende. So, die Welt, viele sagen, die Welt hält gerade die Luft an und, oder die Welt hält an und ich sage, die Welt hält nicht an, sondern sie verlangsamt sich gerade, sie holt quasi Luft oder sie hält den Atem an, aber sie steht nicht still und sie wird sich auch immer weiter drehen. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, wie lange gibt es die Menschen schon? Wie viele Krisen, gerade was Krankheiten angeht, haben wir als Menschheit schon überstanden? Und ich denke mal, das sind extrem viele. Sonst wären wir heute nicht mehr hier. Und das heißt, die Menschheit wird auch diese Krise überwinden. Die Frage ist ja, was passiert mit dem Einzelnen? Wie bist du betroffen? Und da ist es essentiell wichtig, dass du dir deine Ängste anschaust. Je mehr du sie verdrängst, desto lauter müssen sie schreien, um wahrgenommen zu werden. Und du kannst dir vorstellen, dass die Angstgeschichte wie ein kleines Kind ist, was gehört werden möchte. Es ist ja noch nichts passiert. Und nochmal für die, die nicht direkt gesundheitlich betroffen sind. Und das ist im Moment der kleinste Anteil. Aber viele sagen, oh Gott, jetzt wird mir meine Existenz genommen. Jetzt werde ich in Bankrott gehen, etc., etc. Und nimm diese Angst wahr. Und es ist ja noch nicht so. Und es muss auch nicht so weit kommen. Ich merke, dass ich mich gerade ein bisschen verzettel. Das Thema Angst ist einfach so mein Grundlieblingsthema. Denn je mehr du das verstehst, was der Unterschied zwischen der Bedrohung und der Angst ist, desto leichter wirst du dir mit dem Umgang der Angst tun. Je mehr du dir deine Ängste anschaust, desto weniger Macht wird sie über dich haben. Je mehr du deine Ängste verdrängst, desto mehr bist du das Opfer deiner Angst. Desto mehr Macht gibst du deiner Angst. Je genauer du sie dir anschaust, desto weniger Macht wird sie über dich haben. Denn jede Angst kann sich nur als Irrtum herausstellen. Weil die Angst wird dir immer sagen, was Schlimmes passiert. Und das ist die Warnung, die wir hören wollen, also die wir wahrnehmen wollen, sollen dürfen. Um festzustellen, dass es nur eine Möglichkeit ist von dem, was passieren kann. Und es können noch viel mehr Dinge passieren. Es können auch schönere Dinge passieren. Und das ist auch das, was eben Christine und Walter gesagt haben. Wo richtest du deinen Fokus drauf? Und es geht nicht darum, zu ignorieren, was dort ist oder was passieren könnte, sondern wir suchen mehr Möglichkeiten, um denen Raum zu geben. Und das ist die Chance, die in der Krise steckt. Wenn ich mich nur darauf konzentriere, was schlecht wird, dann werde ich dafür sorgen, dass es schlecht wird. Wie dein Wille, so geschehe dir. Das heißt, ich setze selbst die Richtung, wo es hingeht, wenn ich mich nur auf das Schlechte konzentriere. Ich kann das Schöne dann gar nicht sehen. Das ist so, wie mit dieser einen kurzen Übung, wenn du, egal wo du gerade bist, wenn du dich umschaust und ich sage einfach mal, okay, du hast jetzt zehn Sekunden Zeit und schau dich mal um, wie viele blaue Gegenstände siehst du. So, und jetzt schaust du dich vielleicht um und sagst, und stellst fest, okay, es sind ungefähr 15. Alles klar. Und jetzt frage ich dich, während du nach den blauen Gegenständen geguckt hast, wie viele rote hast du gesehen? Bums. Jetzt müsstest du noch mal gucken, weil dein Fokus war nur auf blau ausgerichtet und das Rot war da, aber du konntest es nicht so wahrnehmen. Und so ist das mit den Unangenehmen und den Angenehmen, mit dem Negativen und dem Positiven. Wenn ich durch die Welt laufe und mein Auftrag lautet, wo ist Gefahr, wo sind die schlechten Dinge, um sie zu vermeiden, dann sehe ich nur die schlechten Dinge und glaube, die Welt wäre schlecht. Und sie ist auch schlecht, aber eben nicht nur. Und wenn ich diesen Auftrag ändere und sage, wo sind die guten Dinge, wo sind die schönen Dinge, dann kann ich anfangen, das zu sehen. Und da ist dann auch die Übung, nochmal Christine und Walter, das ist eine schöne Übung, wenn ich abends sage, okay, was war Gutes? Dann lernt mein System, mein Gehirn immer mehr, den Fokus zu ändern, sozusagen von einer Farbe zur nächsten. Und ich kann es nicht oft genug sagen, es geht nicht darum, das andere zu ignorieren, sondern zu sehen, das gibt es und das andere gibt es auch. Und so ist es immer schon gewesen und so wird es auch immer sein. Es ist sowohl als auch. So, jetzt wollen wir doch mal reinhören, was andere noch zu sagen haben, wie es ihnen geht. Wie gehst du mit der Situation zurzeit um? Und da haben wir den Thorsten aus Berlin, der hat mir was geschickt und das hat mich auch sehr berührt. Und da lade ich dich ein, einfach mal genau hinzuhören. Hallo Marius, hier der Thorsten aus Berlin. Die Stadt ist ruhig, es ist viel weniger Verkehr, also zumindest das, wenn ich aus meinem Fenster schaue und ich wohne an einer relativ stark befahrenen Kreuzung, sind weniger Menschen unterwegs und ich habe das Gefühl, die Stadt entschleunigt sich und ich merke, ich komme mit mir in Kontakt und ich, an dieser Stelle merke ich auch immer wieder von, dass ich so Gedankengänge habe von, ich muss fertig werden oder Dinge müssen fertig werden und sehe so Dinge, wo sich das so, wie so ein roter Faden ist vielleicht ein bisschen untertrieben. Einen Strick wird es wahrscheinlich eher treffen, ein Tau wäre es jetzt nicht. Um mich damit einfach mal nur wahrzunehmen und jetzt nicht gleich irgendwie so ganz männlich-pragmatisch, ich muss es sofort ändern, lösungsorientiert, sondern mich einfach damit wahrzunehmen und damit zu sein. Hat ein bisschen die Konsequenz zu gucken, wie bin ich als Vater, wie war ich als Vater und da kommen dann auch so Türen auf von, wenn ich morgen gehen würde, was wäre noch wichtig für mich aus meiner Sicht in meinen Kindern in Klarheit zu bringen, was wollte ich schon immer mal sagen und habe mich nicht getraut und das ja auf einer gesunden Ebene, was auch immer das bedeutet, irgendwie zu transformieren, nach außen zu bringen, nicht von, ich habe da mal was, was ich dir unbedingt sagen will und das so rauszubraten, sondern, ah, okay, im Kontakt mit meinen Kindern zu gucken, wo sie sind oder zu fühlen, wo sind die gerade, ist das gerade der richtige Zeitpunkt oder das ist der richtige Zeitpunkt, sind die gerade dafür offen. Ich hatte am Freitag ein Gespräch mit meiner Tochter, die jetzt relativ lange in der Jugendpsychiatrie war, in Österreich dort entlassen worden ist, weil man die Betten für Intensivpatienten braucht und es war ein sehr offenes Gespräch, also ich würde sagen, es war ein seelisch sehr offenes Gespräch und das fand ich spannend. Ich konnte Dinge sagen, wo ich, ach, da kommen Tränen, wo ich sie anders haben wollte. Sie zum Beispiel, wenn sie irgendwie was in ihrem Tagebuch oder in ihrem Kalender malt, dann lackiert sie sich die Nägel, dann hört sie noch irgendwelche Hörspiele an und kocht noch nebenzu. Und ich habe immer gedacht, das ist nicht richtig, ich muss dir helfen irgendwie, ich muss dir helfen, dass das richtig ist, dass du dich auf eins konzentrierst und habe sich dann immer wieder auf unterschiedlichen Ebenen irgendwie gemaßregelt. Und Fakt ist, ich bin relativ ähnlich, ich tue andere Dinge parallel und ich habe mir im Laufe meines Erwachsenenseins Strukturen irgendwie erschaffen, wenn es der neue Weckerkochen ist für Getreide oder Gemüse, wo Dinge da miteinander sind, nicht so, ich zwinge mich jetzt, ich muss das jetzt machen, weil Fokus auf eins, sondern, ah, okay, und dieses konnte ich sagen und konnte mich dafür entschuldigen und so in Anführungsstrichen sowieso eine Teppicharbeit, einen Teil zurückzunehmen, zu mir zurückzunehmen, das hat sich gut angefühlt. Und mit meinem Sohn ist es so, dass ich heute, der hat heute den ersten Arbeitstag, fragen kann, womit kann ich dich unterstützen, gibt es etwas? So, der ist um halb sechs aus dem Haus oder um ein Viertel nach fünf und ich war einfach kurz da, so, hey, gibt es was, brauchst du noch was, hast du alles, und ich sehe dich und ich bin da und es war schön, auch diese Verabschiedung von ihm bis heute Abend, auch wie er in meiner Interpretation den Blick gesucht hat von bist du da heute Abend, weil ich möchte, dass du heute Abend da bist und das war ich in seiner Schulzeit, war ich nicht da und heute kann ich das ändern, und das finde ich ganz schön, das berührt mich und was ich zu dieser Situation außen denke, fühle, da ist dann alles so gesagt, so, ja, es gibt Dinge, wie ich merke, wenn ich morgen abtreten will, die ich Menschen einfach nochmal sagen möchte. Wieder Gold, wovon sollen wir träumen? Träumen, träumen und davor Every Feeling Ezra Furman Ja, du hörst Radio Rheinwelle 92,5 Ich heiße Marius Schäfer und das sind Marius Lebensimpulse mit dem Thema die Corona-Krise als Chance und es gehen ja im Moment ganz viele Texte, Bilder rum, nicht nur aus Langeweile, sondern weil wir uns gegenseitig unterstützen wollen und das ist ja einer der schönen Dinge an einer Krise, dass wir wieder mehr zusammenrücken, sei es, weil wir gezwungen wurden oder sei es, weil die Menschen wieder erkennen, wie wertvoll eine Gemeinschaft ist und ich gehöre dazu, das sage ich ganz ehrlich, also ich verbringe viel Zeit alleine und ich genieße es auch alleine zu sein, ich genieße es aber auch die Unterstützung von anderen Menschen zu haben und ich genieße es auch andere Menschen zu unterstützen. ein Text, ein Text, der mir von mehreren Seiten zugespielt wurde, den lese ich jetzt mal vor. Der Verfasser ist unbekannt und es könnte sein, dass in Italiens Hefen die Schiffe für die nächste Zeit brach liegen. Es kann aber auch sein, dass sich Delfine und andere Meereslebewesen endlich ihren natürlichen Lebensraum zurückholen dürfen. Delfine werden in Italiens Hefen gesichtet, die Fische schwimmen wieder in Venedigs Kanälen. Es könnte sein, dass sich Menschen in ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt fühlen. Es kann aber auch sein, dass sie endlich wieder miteinander singen, sich gegenseitig helfen und seit langem wieder ein Gemeinschaftsleben erleben. Menschen singen miteinander. Es könnte sein, dass die Einschränkung des Flugverkehrs für viele eine Freiheitsberaubung bedeutet und berufliche Einschränkungen mit sich bringt. Es kann aber auch sein, dass die Erde aufatmet, der Himmel an Farbenkraft gewinnt und Kinder in China zum ersten Mal in ihrem Leben den blauen Himmel erblicken. Sieh dir heute selbst den Himmel an, wie ruhig und blau er geworden ist. Es könnte sein, dass die Schließung von Kindergärten und Schulen für viele Eltern eine immense Herausforderung bedeutet. Es kann aber auch sein, dass viele Kinder seit langem die Chance bekommen, endlich selbst kreativ zu werden, selbstbestimmter zu handeln und langsamer zu machen und auch Eltern ihre Kinder auf einer neuen Ebene kennenlernen zu dürfen. Es könnte sein, dass unsere Wirtschaft einen ungeheuren Schaden erleidet. Es kann aber auch sein, dass wir endlich erkennen, was wirklich wichtig ist in unserem Leben und dass ständiges Wachstum eine absurde Idee der Konsumgesellschaft ist. Wir sind zu Marionetten der Wirtschaft geworden. Es wurde Zeit, zu spüren, wie wenig wir eigentlich tatsächlich brauchen. Es könnte sein, dass dich das auf irgendeine Weise überfordert. Es kann aber auch sein, dass du spürst, dass in dieser Krise die Chance für einen längst überfälligen Wandel liegt, der die Erde aufatmen lässt, die Kinder mit längst vergessenen Werten in Kontakt bringt, unsere Gesellschaft enorm entschleunigt, die Geburtsstunde für ein neues Forum des Miteinanders sein kann. Der Müllberge zumindest einmal für die nächsten Wochen reduziert und uns zeigt, wie schnell die Erde bereit ist, ihre Regeneration einzuleuten, wenn wir Menschen Rücksicht auf sie nehmen und sie wieder atmen lassen. Ja, wie gesagt, Verfasser unbekannt und es spiegelt das wieder, was auch ich meine, mit Krise als Chance. Worauf richtig meinen Fokus? Die Frage an dich. Einfach mal jetzt zu prüfen, welche Gedanken sind da in dir? Worauf richtest du deinen Fokus? Und es kann dir niemand nehmen, niemand, worauf du diesen Fokus richtest. Das ist unmöglich. Andere können dich ablenken und irritieren, aber am Ende entscheidest du bewusst oder unbewusst, worauf konzentrierst du dich? Und damit hängt auch zusammen, was ignorierst du, was willst du nicht haben und ich wiederhole mich, wo richtest du liebevoll deinen Fokus drauf? Alexa Feser, Wunderfinder. Und eine Sache habe ich vorhin noch vergessen zu sagen zu der aktuellen Lage und so aktuell ist es aber gar nicht. Es gibt nämlich noch eine Gruppe von Menschen, Menschen, die mich durchaus antriggert und ich weiß, dass das ein Spiegel ist. Ich weiß, dass jeder Mensch, dem mir begegnet, ein Spiegel meiner selbst ist, damit ich auch mich darin erkennen kann. Und zwar sind das diejenigen, die mit Verschwörungstheorien kommen, die jetzt sagen, das ist alles eingefädelt, weil es da eine Gruppe von Menschen oder weil es dort einzelne Menschen gibt, die jetzt sozusagen die Weltherrschaft an sich reißen wollen oder 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 oder. Also immer dann, wenn Menschen sagen, das ist, was gezielt gemacht wurde, um uns zu schaden. Da tickert das in mir an, wo ich sage, überprüfe mal, überprüfe mal, ob du in einem Opfermodus bist, ob es dir darum geht, einen Schuldigen zu finden, sodass du dann mit dem Finger drauf zeigen kannst und sagen kannst, guckst, siehste, der ist schuld. Ich habe damit gar nichts zu tun. Der ist schuld, also muss der das auch wieder in gerade biegen. Und es ist viele Jahre her, da hatte ich, als ich selbstständig war mit meinem damaligen Schulfreund, da haben wir für viel Geld eine, wie heißen diese Beratungsfirmen für Firmen ins Haus geholt und ein Satz ist mir dann hängen geblieben, der hat nämlich gesagt, den Schuldigen zu finden, hat noch nie ein Problem gelöst. Bums. Den Schuldigen zu finden, hat noch nie ein Problem gelöst. Und es gibt ein so weit verbreitetes Schulddenken, das begegnet mir ganz, ganz, ganz häufig in meinen Einzelcoachings. und da versuche ich dann zu vermitteln, was der Unterschied ist, wenn ich einfach mal das Schulddenken zur Seite schiebe. Was wäre, wenn ich nicht den Schulddenken würde? Und das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Und auch da lade ich dich ein, falls du dazugehörst, das mal zu machen und dieses Schulddenken zur Seite stellen, weil das dir den Blick öffnen kann auf Möglichkeiten. Ein Schulddenken schafft Leiden. Und da gibt es auch so einen schönen Spruch, einer meiner Lieblingssprüche, wer etwas will, findet Wege, wer etwas nicht will, findet Gründe. Götz Werner hat das wohl gesagt. So, und um das jetzt abzuschließen, ich bin ein bekennender, wie soll ich sagen, da fällt mir gar kein Wort ein. Also ich war, behaupte ich mal, so ein Vorzeigeopfer und ich bin es auch immer wieder immer noch. Da bin ich nicht frei von. Und es hilft mir, da wieder zurück zu kommen und festzustellen, oh, ich selbst mache mich gerade zum Opfer. Das ist ja meine unbewusste Entscheidung. Und das zu bemerken, ist ein wichtiger Schritt. Und es könnte sein, dass so viele sagen, ich bin das Opfer der Umstände dieser Corona-Krise. Da sage ich, nee, nee, nee. Es ist deine Entscheidung, dich zum Opfer zu machen. Es liegt an dir, was du jetzt daraus machst. Ist das für dich eine Herausforderung oder ist das für dich eine Bedrohung? Und wir fühlen uns glaube ich alle in irgendeiner Form bedroht. Schau dir die Bedrohung an und bemerke, was ist deine Kopfgeschichte, was ist real. Und die Ängste, die dort hochkommen, die ich wiederhole, auch das nochmal, die wollen ganz genau angeschaut werden. So, und da habe ich, hier schaue ich um meinen schlauen, mein schlaues Mischpult, da habe ich noch einige Beiträge und es kann sein, dass ich nicht schaffe, alle zu spielen. So, jetzt nehmen wir doch mal den hier und hören mal rein, was Corinna aus Wiesbaden zu sagen hat. Ich bin Corinna, als das angefangen hat, war ich schon sehr in Panik und so was Neues ist und so ungewohnt und so bedrohlich wirkt, dass ich schon sehr ängstlich und panisch war am Anfang. Vor allen Dingen nicht so in Sorge um mich, sondern in Sorge um eher die älteren Leute, auch um meinen Vater und hat mir auch so in mir aufgezeigt, was für Ängste ich habe, im Prinzip, wenn er betroffen ist und erst nicht schafft und ach, was weiß ich, alles ausgesponnen, was nur irgendwie geht, hat mich ziemlich in Panik versetzt. Das geht jetzt aber schon wieder, über diese ganz schlimme Panikphase bin ich hinweg, durch viele Gespräche und so kleine Meditationen und auch Gespräche mit meinem Vater, das geht jetzt eigentlich. nicht. Ich habe es geschafft, diese Zeit, die mir jetzt geschenkt ist, quasi, diese viele freie Zeit, also ich habe hier so Homeoffice Aufgaben, aber das hält sich in Grenzen, mich Dingen zu widmen, zu denen ich sonst, was heißt keine Zeit habe, aber auf die ich sonst nicht so Lust habe. Und auf einmal habe ich total Lust, zum Beispiel meinen Schrank auszumisten oder mein Bücherregal aufzuräumen oder ja, so Ordnungsdinge in den Angriff zu nehmen, auf die ich sonst keine Lust hatte und auf die habe ich auf einmal total Lust. Also es ordnet sich irgendwas. Nicht nur in mir drinnen, sondern vielleicht auch ja, im Außen. Es sind ja oft jetzt solche Theorien, ja, wenn jetzt hier bei uns irgendwas, diese ganze Corona-Sache, dass die Menschen auch ein bisschen aufrüttelt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und nicht mehr so viel im Außen zu sein. Also es ist interessant, was gerade passiert in dem Denken der Leute, aber auch vielleicht in jedem Einzelnen, sprich also auch in mir. Ja, was mache ich den ganzen Tag? Wie gesagt, ich habe so einen schönen Rhythmus mittlerweile gefunden, zwischen relaxen, meine Druck, das fühlt sich eigentlich sehr gut an. Schade, dass so eine Corona-Krise kommen muss, um sowas jetzt mal erleben zu dürfen. Diese Entschleunigung und diesen Langsamgang, ich kann da natürlich mich entspannt zurücklehnen, weil ich muss nicht Angst haben um meinen Job, ich bin verbeamtet. Bei mir läuft alles so weiter und das tut mir natürlich unfassbar leid für die Menschen, bei und dann spüre ich wieder so eine Dankbarkeit und denke, meine Güte, lieber Gott, danke, dass ich so einen Beruf habe, dass mich das nicht reinreißt, zumindest vorerst. Ja, danke Corinna, es ordnet sich was, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, es ist die Chance, Ordnung dort reinzubringen, wo du bisher keine Ordnung reingebracht hast und viele nutzen die Gelegenheit, um zu Hause aufzuräumen, und zu putzen und etliche Dinge zu tun. Irgendwann ist die Wohnung aufgeräumt und dann ist natürlich die Frage, was mache ich denn dann? Die Kreativität ist gefragt und das ist eben genau das, wenn etwas als Bedrohung angesehen wird, dann aktiviert sich das Reptilien Gehirn und schaltet auf Überlebensmodus Angriff Flucht Totstellen Kreativität ist der andere Teil das ist die Herausforderung das spielerische und da kommst du hin indem du falls es da ist die Angst annimmst fühlst und ihr Raum gibst so habe ich jetzt bald genug gesagt kommen wir zu einem weiteren Beitrag und zwar Bart Bart ist aus Holland den habe ich kennengelernt auf einem Workshop und der hat mir auch was geschickt was jetzt auf Englisch ist ich spiele es einfach mal ab und sage danach ungefähr was er gesagt hat gebe eine kleine Zusammenfassung für alle die kein Englisch können und hören wir doch mal rein was Bart erzählt anderen take das als truth denn ich denke viele Ideen und Dinge spread die Internet jetzt die die auch für Menschen get ein bisschen annoying weil sie einfach overwhelmed von alles ist da da ist nicht so true straight out crazy und viele Dinge sind über Social und Internet so das ist just my opinion and by no means do i want anybody to take that as the truth i think we live so having having said that here we go i think we live in challenging times i think 2020 and this year is a year of major major change which by no means need to be negative at this time and point maybe we're in a low the economy is not doing well the virus is spreading across the world unfortunately taking lives but maybe it is also it it might also be a blessing in disguise not on an individual basis on which this tragic if people die but maybe it's a blessing in disguise because what can you also observe people are becoming more and more aware taking better care of themselves taking better care of each other and taking better care of nature so in essence working on a better connection the people in hospitals the people um and like that have vital professions keeping this society forward even though we're at a standstill maybe to some people i think these people deserve the utmost respect and gratitude that they are putting their lives on the line to help other people survive and they're also so they're also working on connection i think the entire um the entire story here is about balance and connection if we make sure that we are better connected to ourselves then we take better care of the people around us so there is a better connection there and if we take better care of ourselves and we take better care of the people surrounding us then we also almost automatically start taking better care of the nature surrounding us it's all one one big thing this planet that we are living on we are connected we're all connected to earth and we have been taking too little care of the earth we have been just getting and getting and getting stuff out of it and not giving back and i think this is this is by far the best time to start realizing that we need to live more balanced lives have less consumerist moves and motivations and just start connecting sharing and rebalancing stuff and if that might be the biggest the biggest takeout from this period when we look back and i don't know three months four months five months six months on this entire situation then how beautiful would it be if the biggest takeout would be gratitude for everything that happened and everything that evolved from it all the new balance the new beauty that evolved from this entire corona situation that we're dealing with now just i truly hope that we can look back in gratitude and move forward from that point on from the present moment we're living in then and move forward to keeping a new place spending spending new ways and so actually living new lives because things are not going to back going to go back to normal we are going to create a new normal and i hope that new normal is a more balanced beautiful way danke bart ja ich fasse mal kurz zusammen also bart ist wim hoff instructor da habe ich noch kennengelernt er ist gelernter neuro neuroscience neuro wissenschaftler und er sagt dass seine wahrheit natürlich nicht die wahrheit ist und es gibt im moment so viele wahrheiten die im internet im umlauf sind er glaubt dass wir in einer herausfordernd zeit leben und dass das jahr 2020 ein jahr der veränderung ist und das muss nichts negatives sein das heißt der virus geht herum und viele menschen müssen leider sterben aber es könnte im endeffekt auch ein geschenk sein nicht für den einzelnen aber von oben betrachtet schon das heißt menschen werden achtsamer achten besser auf sich selbst und auf andere und auf die natur und das ist etwas was er betont back to nature also wieder zurück zur natur zu kommen es entsteht wieder eine verbindung zwischen den menschen und wir können erkennen was bestimmte menschengruppen jetzt für uns tun zum beispiel im krankenhaus riskieren manche leben für uns damit wir überleben können und wenn wir besser mit uns selbst verbunden sind dann kümmern wir uns auch besser um die menschen um uns herum und wenn wir das tun dann kümmern wir uns automatisch auch besser um die natur um uns herum wir haben uns zu wenig um die natur gekümmert und zu viel von ihr verlangt zu viel von ihr herausgenommen ohne ihr etwas zurück zu geben und das ist der moment wo wir bemerken dürfen dass wir ein ausgeglicheneres leben leben dürfen sagt er weniger konsumieren und uns mehr verbinden mehr teilen und uns wieder ausbalancieren und das ist das wertvollste wenn wir in drei vier fünf sechs monaten zurückschauen sagt er und wir erkennen die wertschätzung für alles was passiert ist und was wir haben und was daraus entstehen kann wenn wir dann was neues daraus machen ein neues leben leben und die dinge nicht in das alte normal zurückkehren lassen wenn wir uns ein neues normal kreieren dann hofft er dass wir ein besseres ausbalanciertes ausgeglicheneres leben leben werden testament von sarah lesch ja alle finden scheiße aber alle machen mit ist das jetzt hier auch das motto alle finden scheiße aber alle machen mit weil wir machen mitmachen müssen und das ist ja auch eine der gemeinsamkeiten eine der besonderheiten es gibt keinen mehr der nicht betroffen ist direkt oder indirekt betrifft es jetzt jeden menschen weltweit und das hat es einfach lange nicht mehr gegeben und das ist eine der besonderheiten du kannst jetzt nicht einfach sagen ich mache nicht mit also du kannst es natürlich schon nur es wird nicht funktionieren ich war vorhin bevor ich hierher gefahren bin im supermarkt einkaufen in erster linie weil ich wissen wollte wie ist denn so die situation zweitens habe ich natürlich noch ein paar dinge gebraucht aber ich war wirklich neugierig wie ist denn so die stimmung und am eingang standen älterer mann im moment ist die situation so dass die supermärkte verlangen dass du ein einkaufswagen nimmst ich weiß nicht ob das überall so ist bei dem war es jedenfalls so die haben gesagt du darfst nur rein wenn du ein super super wenn du ein einkaufswagen benutzt weil sie so eine übersicht behalten wollen wie viele menschen im supermarkt sind das haben die nicht gesagt das habe ich irgendwo gelesen der ältere mann wollte das nicht und dann haben die gesagt dann dürfen sie nicht in den supermarkt und der hat das nicht verstanden als er gesehen hat dass ich mit dem wagen rein bin hat er das auch gemacht so dann kam noch ein zweiter mann und der hat sich geweigert einen einkaufswagen zu benutzen und der ist dann sozusagen vorbei gerannt und vorbei geprescht und es wurde etwas lauter weil der eingang gesagt hat sie dürfen sonst nicht hier rein und dafür hatte der mann kein verständnis und hat gesagt er wird die polizei rufen da hat er gesagt nee das werde ich jetzt machen und dann ich sage mal wurde es ein bisschen lauter und der kunde ist einfach rein geprescht so was will ich damit sagen am ende ist es immer ein missverständnis was für den konflikt sorgt je genauer wir aufgeklärt sind warum etwas geschieht desto leichter kann ich den anderen unterstützen in seiner not in seiner sorge oder was auch immer dahinter steckt das heißt im moment dürfen wir ganz viel aufklärung betreiben damit nachvollziehbar ist warum bestimmte dinge geschehen das heißt ja nicht immer dass ich damit einverstanden sein muss oder dass ich es gut finde nur in dem moment wo ich sagen kann ich verstehe warum du dich so verhältst ist schon extrem viel gewonnen wenn wir dann noch mitfühlen können warum es dem anderen gerade so geht dann haben wir noch mehr gewonnen und wenn wir einen weg finden können wie wir unsere bedürfnisse zusammenbringen dann geht uns allen gut so ich habe noch mehr beiträge und als nächstes hören wir mal rein was steffen und sandra uns zu erzählen haben das ist jetzt ein etwas längerer beitrag geworden und die beiden erzählen wie es ihnen geht im moment und wie sie mit der aktuellen situation umgehen hallo ihr lieben ich bin steffen ich möchte an dieser stelle einen herzlichen dank an den lieben marius ausrichten für seine wundervolle idee persönliche erfahrungsberichte momentaufnahmen zum thema corona zusammen zu tragen und wir freuen uns sehr dass wir heute dazu beitragen können ja ein herzliches hallo auch von meiner seite mein name ist sandra wir sind beide transformationstherapeuten und coaches nach robert betz und du findest uns im internet auch unter heute bewusst sein ja was macht diese corona situation gerade mit mir und welche erfahrung habe ich gemacht ganz konkret wären wir jetzt eigentlich in bali in urlaub und kurz vor abreise wurden uns die rückflüge gecancelt so dass wir schweren herzens die ganze reise abgesagt haben dann sind einige unserer engsten familienmitglieder zurzeit in quarantäne so dass persönliche nähe gerade überhaupt nicht möglich ist und hier bei uns in dem kleinen örtchen gab es eine schlägerei im supermarkt wegen knapp werdender babynahrung das alles macht mich sehr traurig und ich habe mir letzten sonntag zeit nur für mich genommen und bin alleine raus in die natur habe mich dort lange am see an einen schönen baum gesetzt und da ist was ganz entscheidendes passiert ich konnte meine traurigkeit da sein lassen ich musste weinen tränen sind mir die wangen heruntergelaufen und letztendlich kam meine traurigkeit ins fließen und danach hat es sich viel viel leichter viel weiter angeführt mein herz hat sich geöffnet mein blick hat sich geändert und auch die natur sah auf einmal viel viel schöner aus ja corona hat auch in meine lebensbereiche in ganz verschiedenste weisen einfluss genommen meine kinder die in quarantäne sind wie sandra schon gesagt hat ich habe eine firma mit angestellten für die bedeutet dass ihre existenz gesundheit ist und natürlich auch ein thema in der firma auch persönlich hat es mich betroffen ich habe diese letzte woche die ich im home office verbracht habe als isolation empfunden als trennung von den anderen musste mich da einfinden und ja auch vor einer woche war die welt noch ein bisschen anders aber für uns das ende das abbrechen unserer bali reise ein einschneidendes erlebnis das hier mit mir gemacht hat alles verändert sich alles liegt unter veränderung und das macht mir angst und es macht mich ohnmächtig nachdem wir abgesagt hatten war ich am folgenden tag sehr sehr betroffen ich habe mir gedanken gemacht war ich zu ängstlich war ich zu vorsichtig und habe zu frühzeitig abgebrochen ich habe den behörden dem virus die schuld gegeben dass ich jetzt in so eine entscheidung gezwungen wurde im nachhinein betrachtet jetzt eine woche später kann man sagen die entscheidung war richtig aber angefühlt angefühlt hat sich für mich ganz anders gefühlt habe ich eine tiefe ohnmacht es war nicht die angst in dem moment übermächtig war in dem moment war es die ohnmacht wie ich gefühlt habe da bin ich den ganzen tag drin gesteckt und habe mich dann besonnen was ich als transformations coach gelernt habe ich habe mich damit auseinandergesetzt ich habe mir überlegt was hat diese situation mit mir zu tun ich habe ganz ehrlich in mir geforscht was da ist und ich habe die ursache gefunden die ursache meine unfähigkeit mit meiner ohnmacht umzugehen war schon lange in mir und mit dieser lösung dieses themas meiner ohnmacht habe ich für mich mein drama beenden können danach hat sich für mich sehr viel freier angefühlt und leichter und ich kann dann jetzt in die zukunft schauen und beginnen meine zukunft wieder zu gestalten ja genau du kennst das wahrscheinlich auch von dir dass wir nur allzu gerne und oft die schuld für unser drama im außen suchen und andere dafür verantwortlich machen sei es ärzte oder politiker oder vielleicht jetzt auch das virus und letztendlich ist es aber eine chance eine gelegenheit jetzt in die eigene verantwortung zu gehen also nutzt die zeit und gerade während jetzt im außen sich alles verlangsamt während das außen eingebremst wird kurzarbeit passiert gerade jetzt nutzt die zeit für dich für eine innenschau und all die gefühle die da hochkommen so wie bei uns bei mir die traurigkeit oder die ohnmacht oder die angst all diese gefühle gehen in resonanz mit schon viel früher tiefer sitzenden erlebnissen erfahrungen die sehr schmerzhaft waren und genau deswegen fühlt sich das jetzt auch so heftig an und wenn du diese zeit für dich nutzt für diesen fokus wechsel dann sind wir sicher dass du da gestärkt und positiv draus hervorgehst diese innenschau ist ein weg den wir dir ans herz legen möchten eine andere weitere unterstützung ist eine neue betrachtungsweise die wir dir hier vorstellen wollen du kannst dir folgen oder auch dich von anderen dingen leiten lassen das ist dir überlassen du kannst für dich entscheiden möchtest du dich von der rettung im außen abhängig machen möchtest du warten bis ein geeignetes medikament oder eine impfung für corona zur verfügung steht und hoffen dass bis dahin dieser virus an dir vorüber gehen wird so wie es viele andere machen in ihrer ohnmacht oder möchtest du jetzt und heute schon beginnen deine gesundheit dein system zu stärken wichtig dafür ist etwas das in allen uns uns menschen zur verfügung steht unserem immunsystem das dazu in der lage ist bedrohungen von außen zu erkennen und abzuwehren schon seit tausenden jahren und all diese viren die sich verändern müssen um uns angreifen zu können wurden abgewährt dass das funktioniert kannst du erkennen an all denen die mit corona infiziert waren aber nicht gestorben sind und dieses immunsystem ist auch in dir und wenn du dieses immunsystem stärkst kannst du die medizinische behandlung die möglicherweise zusätzlich notwendig ist unterstützen und du kannst dich jetzt und heute schon stärken es kommt auf deine innere haltung an du kannst zum einen gebannt auf die steigende infektions- und todesratzahlen starren oder du kannst für dich entscheiden dass du heute aktiv beginnst dein system dein immunsystem und damit deine gesundheit zu stärken die entscheidung liegt bei dir und du kannst sie jederzeit treffen also vertrau auf diese weise intelligenz in dir auf deinen körper der das so gut kann und wir wünschen dir dass du gesund bleibst oder wenn du gerade krank bist dass du schnell wieder gesund wirst und dass du gestärkt aus dieser phase hervorgehst und wir sind überzeugt dass jeder der sich und sein immunsystem stärkt ein vorbild ist für sein umfeld und all diejenigen ermutigt es ihm nachzutun und damit diejenigen entlastet im gesundheitssystem die an der erschöpfungsgrenze arbeiten und versuchen denjenigen zu helfen die gerade mit einem geschwächten immunsystem sei es alter oder einer anderen krankheit dringend medizinische hilfe benötigen diesen leuten im gesundheitssystem gilt unser besonderer dank an dieser stelle danke für ihre aufopfernden arbeiten ich wünsche dir alles gute alles liebe für dich dankeschön sandra und steffen ja und ein wichtiger teil macht dir bewusst du bist nicht alleine es sei denn du möchtest das unbedingt du bist nicht alleine du lebst in einer gesellschaft und gemeinsam sind wir stärker das heißt gemeinsam können wir uns unterstützen gemeinsam unterstützen wir uns und das ist eben etwas was ja gerade das bewusstsein der gemeinschaft wieder hervor ruft was zeigt wie wertvoll das ist nicht alleine sondern Hand in Hand durch diese Krise zu gehen und zu merken dass wir gemeinsam die Summe mehr als die Summe des Einzelnen sind you will never walk alone Gary und the peacemakers you will never walk alone ein weiteres Bild was zu mir gekommen ist was widerspiegelt was ich denke und zwar geht es um das zu sortieren was kann ich beeinflussen was kann ich nicht beeinflussen was kann ich kontrollieren was kann ich nicht kontrollieren wenn ich das vermische wenn das durcheinander kommt dann entsteht Stress das auf Englisch aber ich übersetze das sozusagen mal aufs Deutsche ich kann nicht beeinflussen oder ich kann nicht kontrollieren ob andere sich an die Regeln des Social Distancing halten ich kann die Aktionen von anderen nicht kontrollieren ich kann nicht kontrollieren was passieren wird ich kann die Motivation anderer nicht kontrollieren ich kann nicht kontrollieren wie viel Toilettenpapier es im Supermarkt gibt ich kann nicht kontrollieren wie lange das dauern wird ich kann nicht kontrollieren wie andere auf die Situation reagieren nochmal wenn ich versuche darüber Kontrolle zu übernehmen entsteht Stress weil ich es nicht kontrollieren kann was ich kontrollieren kann also richtig den Fokus auf diese Dinge meine positive Einstellung die Nachrichten mal auszuschalten den Spaß zu entdecken an den Dingen die ich zu Hause machen kann meine ob ich die ob ich die Distanzregel zu anderen Menschen selbst einhalte ob ich meine Aktivitäten in den sozialen Medien einschränke und meine Haltung das sind die Dinge die ich beeinflussen kann und wenn ich mich darauf fokussiere dann komme ich in meine Kraft dann komme ich in meine Mitte dann komme ich in meine Freude und in eine Leichtigkeit das heißt nicht dass ich jetzt nicht andere irgendwie unterstützen kann aber es geht darum was möchte ich kontrollieren so dann habe ich einen weiteren Beitrag bekommen aus der Schweiz von Marvin Marvin ist Homöopath und hören wir doch mal rein was er zu berichten hat wie es ihm mit der Situation geht und was er so erlebt hat Hallo liebe Zuschauer Hallo liebe Zuhörer mein Name ist Marvin und ich wohne mit meiner Frau Yvonne in der Schweiz mit meinen beiden Kindern und aktuell darf ich immer noch als Homöopath in der Schweiz arbeiten das freut mich und meine Patienten was mich auch freut ist dass ich heute bei Marius dabei sein darf in der Sendung er hat mich gefragt ob ich auch einen Videobeitrag machen könnte zur aktuellen Corona-Lage ja offiziell weiß und will ich eigentlich auch gar nichts dazu sagen da ist er genug in den Medien vertreten überdacht ich erzähle lieber von mir weil ich habe nämlich was interessantes erfahren über mich in dieser Phase ich bin nämlich an dem ersten Montag nachdem hier die Geschäfte also die unnötigen Geschäfte geschlossen worden sind bin ich ganz normal eigentlich morgens um 7.30 Uhr einkaufen gegangen so vor der Praxis kaufe ich manchmal ein bisschen Obst oder Brot oder was es halt so für den Tag braucht ähm und ich bin dann normalerweise der Einzige dass vielleicht noch ab und zu ein anderer Mann der Blumen kauft und sonst bin ich eigentlich um die Zeit alleine in dem Laden ja und an dem Montag musste ich bereits um 7.40 Uhr an der Kasse anstehen weil Leute kistenweise da das Zeug rausgeholt haben und erst war ich so ein bisschen überrascht weil ja in dem Schreiben auch der Regierung stand dass die Geschäfte was Nahrungsmittel angeht ja offen bleiben und dann war ich so in kurzer Zeit ein bisschen wütend und dann habe ich gedacht ja gut und plötzlich ist bei mir eine Angst hochgekommen die ich bis dato überhaupt nicht kannte und wenn mich jemand vor einer Woche gefragt hätte ob ich das habe hätte ich gesagt nein habe ich nicht und zwar die Angst zu verhungern kein Essen mehr zu haben das kam von so tief innen so eine starke existenzielle Angst im Laden selber dass ich wirklich diese Angst Symptome hatte von Flachatmen jetzt bin ich ja schon lange treuer Zuhörer von WETZ und habe mehrere Männerwochen auch gemacht und eine Transformationswoche auch gemacht so konnte ich all meine Tools benutzen da rein zu atmen und dann in der Praxis mir erstmal Zeit zu nehmen bevor ich den ersten Patienten empfange da auch rein zu spüren und es eben nicht weg zu machen und habe mir gedacht aha interessant aber den ganzen Tag immer wieder habe ich studiert okay wann gehe ich jetzt einkaufen wenn es nachher noch wenn ich nachher einkaufen gehe gibt es dann noch was muss ich meine Frau jetzt schon losschicken hatte ich dreimal das Handy in der Hand habe gemerkt da ist noch gar nichts angenommen das kommt von so tief runter da brauchst du ein bisschen mehr und ich will so ein bisschen erzählen wie ich damit dann umgegangen bin die nächsten Tage und zwar bin ich dann erstmal einkaufen gegangen und habe einen ganz normalen Wocheneinkauf gemacht und habe versucht so ganzartig nicht zu viel zu kaufen ich wollte ja kein Hamsterkäufer sein habe aber gemerkt es ist nicht so leicht also ich habe einen recht ausführlichen Wocheneinkauf gemacht obwohl es noch alles hatte also es war nicht so wie ich befürchtet habe und trotzdem auch die Tage danach habe ich immer wieder oh vielleicht brauchen wir doch noch Brot oh vielleicht hole ich doch noch mal Oliven die halten sich ja lang also das ist immer wieder im Kopf so gegangen dann habe ich gesagt okay jetzt brauchst du einen bewussten Einkauf bin ich beim zweiten Mal gegangen und habe mir vorgenommen eben jetzt mal ganz bewusst in den Laden zu gehen und was zu kaufen nicht aus der Angst heraus sondern ganz bewusst und habe dann versucht einfach zum Beispiel einzukaufen wovon es noch viel hat dass ich ja niemandem was wegnehme hat nicht funktioniert und dann bin ich beim dritten Mal mit meinem kleinen Jungen einkaufen gegangen also nicht dem reellen kleinen Jungen sondern mit meinem inneren kleinen Marvin den habe ich auf die Schultern gesetzt den trage ich den trage ich oft auf den Schultern den kleinen Marvin und bin mit ihm durch den Laden gegangen und wir haben extra nichts gekauft sondern wir haben ein Spiel gemacht wir haben ein Spiel gemacht wer kann am meisten Sachen finden die es noch zu essen hat und dann bin ich sozusagen durch den Laden gegangen und habe gesagt guck da gibt es noch das guck da gibt es noch das guck es hat sogar noch WC Papier und nach diesem Einkauf wo ich fast als Einziger nachher ein bisschen wirregrinsend durch diesen Laden gegangen bin und ich gemerkt habe guck es hat nur alles es hat genug und selbst wenn wenn das jetzt nicht mehr wäre dann hat es immer noch das also eine richtige innere Beruhigung aber nicht für mich um mich zusammen zu reißen sondern für meinen kleinen inneren Jungen und irgendwann ist es geändert dass ich gesagt habe guck und ich bin auch immer für dich da wir haben jetzt diese Angst das ist völlig in Ordnung keine Ahnung woher die herkommt und ich habe noch nie irgendwas derartiges erlebt keine Ahnung aus welchen alten Existenzen das da vielleicht hochgekommen ist oder ob das instinktiv ist aber ich habe gemerkt nach diesem bewussten Einkaufen gehen dass ich dann in eine Form gekommen bin von Dankbarkeit und Zufriedenheit über das was ich alles habe und das war ganz spannend als die Angst dann weg war habe ich mich plötzlich im Gedanken nicht mehr mit dem nächsten Einkauf beschäftigt sondern mit Dankbarkeit, Zufriedenheit und auch viel Bewusstheit ist danach gekommen nachdem diese Angstblockade weg war ich habe dann gemerkt wie abhängig ich eigentlich bin von wie vielen Menschen ich abhängig bin bis ich am Morgen meinen Kakao trinken kann mit Ingwer drin mit Honig und Zimt wie viele Menschen daran beteiligt sind wie viel Zeit dafür geht dass ich das morgens einfach so in meinen Tee schütten kann also da ist so viel Bewusstheit nochmal gekommen ganz auf einer anderen Ebene über die Angst zu überwinden denn war in der Schweiz diese Pressekonferenz die war sehr schön wo der Bundesrat gesagt hat wir machen keine Ausgangssperre weil das muss mit dem Volk zusammen passieren und das ist mir nochmal bewusst geworden dass in der Zeit wie jetzt braucht es ein gemeinschaftliches Tragen eine Gemeinschaft das ist was wir in der Homöopathie seit längerem als Slogan vor uns her tragen das ist dieses gemeinsam geht es leichter anstatt dass jeder da sein eigenes Brötchen backt und ich habe mich dann gefragt was können wir erreichen wenn wir nicht überlegen was kann ich jetzt bekommen sondern was können wir gemeinsam erreichen ich überlege was kann ich beitragen kann ich gratis Unterricht anbieten für die Kinder die daheim geblieben sind die jetzt nicht in die Schule können kann ich gratis Meditation anbieten kann ich Abendkurse anbieten ich habe zum Beispiel über den Podcast unseren Hausapotheken Kurs mit der Homöopathie gratis angeboten was kann ich jetzt beitragen damit die Leute entspannter ruhiger und nachher gesünder durch diese Zeit hindurch gehen und das geht eben nur als Gemeinschaft und was mir da wieder klar geworden ist was ich ja schon länger weiß aber mir nochmal richtig bewusst gemacht habe ist dass das eben mit mir beginnt was eben auch bei mir ändert wenn ich aufhöre von mir immer etwas zu fordern oder zu erwarten oder mich selbst zu manipulieren was wäre wenn ich mir einfach Liebe Vertrauen und Wertschätzung schenken würde und was ist möglich wenn ich mich sogar liebe wenn ich unzufrieden bin oder alles falsch gemacht habe was wird dann passieren wenn ich meine Kinder im Außen auch dann liebe wenn sie alles falsch machen wenn ich ihnen dann auch Wertschätzung entgegenbringe wenn sie alles falsch machen und sich nicht an die Regeln halten was passiert dann und wie blühen Beziehungen auf wenn ich mehr lobe wenn ich mehr wertschätze wenn ich mehr liebe und akzeptiere und respektiere als zu kritisieren und immer zu fordern und zu erwarten und was ist dann darüber hinaus nur möglich wenn wir das als Gemeinschaft hinbekommen so wünsche ich uns allen eine gesunde zufriedene Zeit und bleibt gesund bis bald Ciao Marvin Danke Marvin und so schön zusammengefasst so schön erzählt wie diese Veränderung geschehen kann diese Annahme der Angst da durchgehen und dann kommt dieses leichte kreative das innere Kind hervor und auf einmal ist das kein kein Angst kaufen mehr sondern ein natürliches kaufen mit Freude so jetzt habe ich noch zwei Texte die ich unbedingt mit dir teilen möchte den einen lese ich vor und der passt so gut in die Zeit vor allen Dingen wenn die Menschen sagen das ist doch eine Katastrophe das ist doch das hat doch nichts Gutes und das kann ich verstehen wenn man diese Einstellung hat die Geschichte heißt der alte Mann und das Pferd ein alter Mann lebt in einem Dorf sehr arm aber selbst Könige waren neidisch auf ihn denn er besaß ein wunderschönes weißes Pferd Könige boten fantastische Summen für das Pferd aber der Mann sagte dann dieses Pferd ist für mich kein Pferd sondern ein Mensch und wie könnte man einen Menschen einen Freund verkaufen der Mann war arm aber sein Pferd verkaufte er nie eines Morgens fand er sein Pferd nicht im Stall das ganze Dorf versammelte sich und die Leute sagten du dummer alter Mann wir haben schon immer gewusst dass das Pferd eines Tages gestohlen würde es wäre besser gewesen es zu verkaufen welch ein Unglück der alte Mann sagte geht nicht so weit das zu sagen sagt einfach das Pferd ist nicht im Stall so viel ist Tatsache alles andere ist Urteil ob es ein Unglück ist oder ein Segen das weiß ich nicht weil dies ist ja nur ein Bruchstück wer weiß was daraus folgen wird die Leute lachten den Alten aus sie hatten ja schon immer gewusst dass er ein bisschen verrückt war aber nach 15 Tagen kehrte eines Abends das Pferd plötzlich zurück es war nicht gestohlen worden sondern in die Wildnis ausgebrochen und nicht nur das es brachte auch noch ein Dutzend wilder Pferde mit sich wieder versammelten sich die Leute und sie sagten alter Mann du hattest recht es war gar kein Unglück es hat sich tatsächlich als Segen erwiesen der Alte entgegnete wieder geht ihr zu weit sagt einfach das Pferd ist zurück wer weiß ob das ein Segen ist oder nicht es ist nur ein Bruchstück ihr lest nur ein einziges Wort in einem Satz wie könnt ihr über das ganze Buch urteilen dieses Mal wussten die Leute nicht viel einzuwenden aber innerlich wussten sie dass der Alte Unrecht hat zwölf herrliche Pferde waren gekommen der alte Mann hatte einen einzigen Sohn der begann die Wildpferde zu trainieren schon eine Woche später fiel er vom Pferd und brach sich die Beine wieder versammelten sich die Leute und wieder urteilten sie sie sagten wieder hattest du Unrecht es war ein Unglück dein einziger Sohn kann nun seine Beine nicht gebrauchen und er war die einzige Stütze deines Alters jetzt bist du ärmer als je zuvor der Alte antwortete ihr seid besessen vom Urteilen geht nicht so weit sagt nur dass mein Sohn sich die Beine gebrochen hat niemand weiß ob dies ein Unglück oder ein Segen ist das Leben kommt in Fragmenten und mehr bekommt ihr nicht zu sehen es ergab sich dass das Land nach ein paar Wochen einen Krieg begann alle jungen Männer des Ortes wurden zwangsweise zum Militär eingezogen nur der Sohn des alten Mannes blieb zurück weil er verkrüppelt war der ganze Ort war von Klagen und Wegeschrei erfüllt weil dieser Krieg nicht zu gewinnen war und man wusste dass die meisten der jungen Männer nicht nach Hause zurückkehren würden sie kamen zu dem alten Mann und sagten du hattest recht alter Mann es hat sich als Segen erwiesen dein Sohn ist zwar verkrüppelt aber immerhin ist er noch bei dir unsere Söhne sind für immer fort der alte Mann antwortete ihr hört nicht auf zu urteilen niemand weiß sagt nur das dass man eure Söhne in die Armee eingezogen hat und dass mein Sohn nicht eingezogen wurde nur das Leben weiß ob dies ein Segen oder ein Unglück ist ja eine wunderschöne Erinnerung und jetzt wird es ein bisschen knapp aber das kriegen wir noch hin jetzt habe ich einen wunderschönen Text den hat die liebe Eva Adelberger vertont und auch der passt so gut in diese Zeit deswegen spiele ich ihn quasi jetzt noch schnell ab lass dich überraschen lieber Mensch du hast alles falsch verstanden du bist nicht hier damit dir bedingungslose Liebe gelingt sie ist dort woher du kamst und wohin du gehen wirst du bist hier um menschliche Liebe zu lernen allumfassende Liebe schmuddelige Liebe schwitzige Liebe verrückte Liebe gebrochene Liebe ungeteilte Liebe durchtränkt vom Göttlichen lebendig lebendig durch die Anmut des Stolperns offenbart durch die Schönheit des Scheiterns und das oft du bist nicht auf die Welt gekommen um perfekt zu werden du bist es schon du bist hier um herrlich menschlich zu sein fehlerhaft und fantastisch und im Erinnern wieder aufzustehen aber bedingungslose Liebe erzähl mir nichts davon denn wahre Liebe kommt ohne Adjektive aus sie braucht keine näheren Bestimmungen sie braucht keine perfekten Umstände sie bittet dich nur dass du kommst und dein Bestes gibst dass du im Hier und Jetzt ganz da bist dass du leuchtest und fliegst und lachst und weinst und verwundest und heilst und fällst und wieder aufstehst und spielst und machst und tust und lebst und stirbst als unverwechselbares Du das genügt das genügt und das ist viel ja danke Eva für diese schöne Vertonung hui die Corona Krise als Chance aus hier bei Marius Lebensimpulsen die Sendung für deinen Persönlichkeitskick auf Radio Rheinwelle 92,5 ich heiße Marius Schäfer und alle Sendungen findest du nochmal zum Nachhören auf meiner Webseite mariusschäfer.de oder überall dort wo es Podcasts gibt und wenn dich andere Sendungen interessieren von Radio Rheinwelle schau doch mal rein auf Radio Rheinwelle.de Die nächste Sendung findet statt in zwei Wochen am Montag den 6.4. Stammtisch gibt es zurzeit nicht aus aktuellen Gründen und wer weiß vielleicht machen wir das auch mal vorübergehend online ich hoffe du konntest heute etwas für dich mitnehmen herzlichen Dank für all die Beiträge hat mich sehr berührt leider konnte ich jetzt nicht alle spielen die nächste Sendung kommt bestimmt denke mal dran ruhe dich aus aber gib dich nicht auf aufgeben ist keine Option wenn es dir nicht gut geht hol dir Unterstützung zeig dich in deinem Leid zeig dich in deiner Not es gibt Menschen die dir helfen können ich wünsche dir eine wundervolle Zeit so gut es geht fühl dich lieb distanziert umarmt und denk immer daran du bist wundervoll wundervoll weitere Informationen über die Angebote und Seminare von Marius Schäfer findest du im Internet unter www.marius-schäfer.de D D D D D